Oh mein Gott, sag mal, ich sehe dich, seit deiner Stunde, dass du unsere Heiratsurkunde in der Hand hast, warum? Ich gucke in unsere Heiratsurkunde, du möchtest nicht sagen. Vielleicht weiß ich nicht, sonst hat sie es nicht gebracht. Ich gucke in unsere Heiratsurkunde, wann sie abläuft. Warum will sie das abläufen? Es läuft gar nicht ab. Ja, das ist das größte Problem, meine größte Problem. Tut mich leid, ja? Weißt du, jeden Tag, wenn ich rausgehe, ich muss wieder 20 Uhr, 21 Uhr wieder nach Hause gehen. Warum? Kinder, Frau und andere Freunde bleiben bis 0 Uhr, bis 1 Uhr, bis 2 Uhr, bis 3 Uhr Nacht. In Shisha-Bar, in Disco, in der Stadt, rumlaufen, das und das, alles. Sie sind frei. Bei mir ist es wie ein Gefängnis. Wie ein Gefängnis. Ich will einfach für mich Zeit, selber Zeit lassen. Ich habe keine Zeit. Ich lasse für dich alleine Zeit, aber wie? Bei mir? Wie? Bitte. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Wenn du stirbst, dann hast du Zeit für dich alleine, ganz, ganz alleine für dich. Sehr schöne Heiratenkunde. Sehr gute Heiratenkunde. Guckst du dir niemals das an, ja? Niemals. Das ist sehr, sehr gute Heiratenkunde. Ja, das musst du dich verhalten. Ich schwöre sogar. Das läuft gar nicht ab. Was willst du von dir? Das ist scheiße, läuft. Scheiße läuft. Egal. Okay. 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 Ich verwandiere Gott. Vielen Dank.